So, also wir haben einmal Scorched Earth, 270 Tonnen, einmal Infiltration. Infiltration ist, glaube ich, so eine neue Geschichte. Ja, wir haben ausprobiert. Da steht, Use Light Mags to Avoid Detection, aber gleichzeitig gibt er uns 230 Tonnen vor. 230 Tonnen sind ja nur keine leichten Mags. Hätte ich jetzt gesagt. Oder aber wir machen hier Kriegszone. Was gibt es denn da? Na ja, erstmal zum Warmwerden, Scorched Earth. Ja, komm, 270 Tonnen. Zum Warmwerden. Ja, damit waren wir hier. So, sechs Punkte haben wir. Da gehen wir mal in Damage Coverage. Gehen wir mal ein bisschen in Salvage. Ah, komm, voll in Salvage hier rein. Fünf. So, da haben wir ein bisschen was. Also, erdreißet euch nicht drauf zu gehen, ja? So, 270 Tonnen haben wir. Also, das heißt, wir können alle unsere... Dann würde ich sagen, nehmen wir einen vierten mit, wa? Ja, nehmen wir einen vierten mit. Warte mal, dann gucke ich mal. Außerdem müsste er... Wer ist denn das da? Wo ist denn Redbeard eingeteilt? Redbeard muss ich... Bitte? Mein Pilot ist damals gestorben. Ich muss dir einen neuen aussuchen. Äh, was habe ich denn da? Ich habe einen 70 Tonner. Mit einer Menge Laser. Geh mal kurz in die Battle Max. Welcher ist denn das? CTF. So, dann hat uns ja einer... Einer hat uns übrigens unter das Video geschrieben. Wir stellen uns... Es ist ganz furchtbar. Wir würden uns furchtbar anstellen. Und, äh... Er hat uns ganz viele Tipps gegeben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so viel gelesen. Aber einen Tipp, den ich mir gemerkt habe, war B drücken. B ist wohl die Karte. Ah. Äh, und was hat er noch gesagt? Irgendwas hat er gesagt. Das ist irgendwie die falsche Mac, die ich hier gerade... So. Ähm, und irgendwas hat er mit Night Vision gesagt. So, das sieht schon besser aus. Seid ihr noch am Basteln? Oder was treibt ihr da? Ich bin schon ziemlich zufrieden. Du bist schon ziemlich zufrieden. Okay. Ich suche mir... Warte mal. Ich muss mal ganz kurz hier... Ich will noch meine Weapon Groups hier verändern. Die Laser ist okay. Und dann habe ich zwei... Zwei Nahkampfwaffen. Punch, punch. Okay. Also ich bin eigentlich... Muss ich sagen... Im Moment noch ganz glücklich. Habt ihr eure Macs ausgesucht? Ja. Ja. Warte mal. Dann haben wir jetzt noch... Ein 55 Tonner könnten wir noch unterbringen. Machen wir natürlich auch, ne? Äh. Gucken wir mal. Was haben wir denn da? 55 Tonner haben wir gar nicht, ne? 50 Tonner tut es auch. Ne Krabbe zum Beispiel. Ja, komm. Nehmen wir mal ne Krabbe. So. Und da packen wir mal irgendeinen Fuzzi rein hier. Zack. Ist der da drauf. Was haben wir jetzt? 265 Tonnen. So. Habt ihr eure... Habt ihr eure Punkte gesetzt? Also eure... Eure Waffengruppen? Ja. Wird schon passen. Dann würde ich mal sagen... Ready. Ja. Hat einer von uns... Also ich bin fast reiner Nahkämpfer. Ich hab ne AC-10 und, äh, ne Menge Laser. Fernkampfraketen, Nahkampfraketen... Ein paar Laser und ein paar Maschinengewehren. Okay. So, dann hat er gesagt... B, B, K. B, hat er gesagt. Sollen wir mal drücken. Naja, okay. Ist halt in der Mitte, ne? Schau. Und was hat er noch gesagt? Envy Night Vision? Aha. Okay. Brauchen wir aber, glaube ich, gerade nicht. So, ansonsten hat er uns, ehrlich gesagt, äh, keine großen Tipps gegeben. Er hat gesagt, wir sollen die Max doch bitte umbauen und wir sollen die Jumpjets rausnehmen und dafür... Was schießt denn auf den armen Hügel? Mehr Panzerung oder was? Ich hab was probiert. Äh, ja, Panzerung sollen wir da reinsetzen. Aber mein Gott. Ich glaube, so groß ist der Unterschied nicht. Und wir sollen erst die kleinen Max zerstören. Okay. Achso, aber die großen, die explodieren so schön. Hat er recht. So, soll mal da hinten... Sehen wir schon irgendwas? Was sollen wir machen? Wir sollen hauptsächlich die Garnison zerstören. War da irgendwas? Nee. Ja, lass mal so mit den Garnison erreichen. Ja, sind wir ja gleich da. Was ist... Äh, von links kommt was. Äh, da oben. Prats. Auch, auch erwischt. Sehr schön. Äh, da waren übrigens... Das waren Flieger, die wir da zerstören müssen. Also, da waren zwei dabei gerade. Immer ein Ruf da. Ich glaube, jetzt haben wir schon... Genau, ein Auftrag haben wir schon erfüllt. Ist da irgendwas oder auf was schießt ihr da? Ja. Ich geh lieber retour. Ja. Erstmal den Kleinkram. Äh, zieh... Zieht euch mal ein bisschen zurück. Äh, erst mal den Kleinkram vernichten und dann nehmen wir als erstes den, äh, Hunchback. Den linken. Okay. Jo, ist klar. Ich hab jetzt schon fast alle meine Waffen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich hab nur noch Naga-Praketen. Ja. Irgendwie konnte man das auch überbrücken. Oh, ich fahr die ganze Zeit runter. Ich sehe den gar nicht mehr. Irgendwie konnte man das überbrücken. Ich weiß nur nicht wie. So. Wieso denn Heat-Critical? Was macht denn der da? So, die ist weg. Jetzt den Hunchback. Aua. Ja, komm jetzt. Hör auf hier rum zu luschen. Geh ran an den Mann. So, der Hunchback hat zumindest... ...eine verloren. Au, au. Ich geh jetzt in den Nahkampf. So. Der Arme. Jetzt den anderen. Ist auch weg. Oh, jetzt bin ich. Wie du bist raus? Ja, ausgeschaltet. Ach, du bist weg? Also richtig tot? Nee, nee. Nur Energie. Okay. So, warst... War's das? Ich glaube ja, ne? Ich hat's erwischt. Redbeard hat's erwischt und unseren Kleinen auch. Okay, Wolfie. So schnell wie möglich die Gebäude zerstören. Ich kann mich nur da wegen den einen Kleinen da hin. Naja. Zwei hat's erwischt. Ich war jetzt nicht so... Gar nix. Mir witzigerweise auch nicht. Mein Problem ist, die ganzen Waffen, die ich hatte, waren in den Armen. Und die aus dem ganzen Herzen finde ich schossen. Ah, okay. Äh, ich seh nix. Ich bin auch nur im Nahkampf. So, 50%. Bist du fleißig am Zerstören, Wolfie? Ja. Ja. Da ist noch ein Kleinen Panzer daneben. Oh Gott, das will... So, hätten wir das? Ja, hier ist auch noch was. Das hat nichts gebracht. Ich bin da mal reingelatscht und mach das hier gerade von innen. Wie geht's dir noch, Wolfie? Ja, ganz gut. Okay. Da kommt noch ein Mac. Äh, und zwar ein... Aua. Äh, viele Macs. Ich überlege gerade, ob wir... Wo bist denn, du, Wolfie? Oh, das sind ja Bar, ja. Nein. Nein. Wir versagen. Aber warum denn? Da ist ein... Hier, den zuerst. Wie heißt er? Ich muss mal auf der Seite von den Gegnern. Aua, aua. So. Treffe ich den? Bin mir nicht sicher, ob ich den treffe. Hau. Nein, nicht... Mist, jetzt haut er auf mir rum. Jetzt hopst er rum. Wo will er denn hin? Müssen wir doch viel machen. So. Noch eine Keule und noch eine Bamm. Habe ich ihn getroffen? Oha. Hau, ich bin feif aus dem letzten Loch. Oh. Nein, mich hat's erwischt, Wolfie. Du bist der Letzte. Ah, versagt. Ich bin der Letzte, aber warum? Das ist eine gute Frage. Ich bin doch so ein kleiner. Zerstör mal noch irgendwas von der Basis. Ein Prozent fehlt noch. Dann geh ich da rein. Da kann ich nicht getroffen werden. Irgendwas... Ja. Und jetzt hau ab, Wolfie. Pflicht... Äh, flüchte. Flüchte, Wolfie. Oh, ich bin dann im Rücken schon ganz rot. Ja, renn. Oh Gott, die schießen dir alle ganz furchtbar an den Rücken. Da kommst du nicht raus. Du musst durch die Türen, Wolfie. Flüchte. Du siehst nicht gut aus. Ich laufe noch mit voller Geschwindigkeit. Ja, aber warum rollst du im Kreis? Such die Dropzone. Ich muss ja raus. Siehst du die Dropzone irgendwo? Nein, ihr siehst sie nicht mehr. Zählt das jetzt eigentlich als gewonnen, obwohl unsere Mecklanze zerstört ist? Wahrscheinlich nicht. Das werden wir gleich sehen. Wobei, wir haben ja den Auftrag erfüllt. Also ich glaube, ich habe überlebt. Naja, überlebt. Du bist wie wir alle zerstört wurden. Das war ja furchtbar. Äh, Contract Fulfilled. Doch, doch, wir haben ihn erfolgreich. Aber zu welchem Preis? Das will ich nicht wissen. Ähm, 1818. So, was können wir uns denn mitnehmen? Ich würde mal sagen, alles, oder? AC10. M-Laser ist immer gut. Die AC2s können wir mal lassen. Was ist denn das alles für eine miese Beute, sagen wir mal? Ja, Rückstrecken, Raketen und so. Bitte? Bremmer, Maschinengewehr, alles so. Aber das ist für mich zu gut gesagt. Das ist relativ erbärmlich, muss man sagen, oder? Ach, ich nehme jetzt einfach mal hier die teuren Sachen mit. Die 75er, also. Können wir ja immerhin noch verkaufen, oder? Ja. So, Gott. Das war nicht so pralle. Das wird teuer. Okay, ja. Ich weiß nicht, wir können besser über Battle gehen. Wir gehen aber nicht reparieren, wir gehen mal wohin, wo wir... Warte mal, jetzt mal hier. Claim. So, New Upgrade. Sensor Range, keine Ahnung, was wir da gerade gekriegt haben. So, back. So, wir fliegen mal wohin, wo wir billiger reparieren können, bevor wir hier... Äh, wo müssen wir da hin? Zu einem Raumhafen, oder? Ich bin mir nicht so sicher, wo man kostenlos reparieren kann. War ja furchtbar. Habt ihr ne Ahnung, wo ich da hinfliegen muss? Ich fliege mal da hin. Keine Ahnung, ob das gut ist. Also, das war zwar jetzt geschafft, aber zu welchem Preis, möchte man sagen. Zu einem sehr hohen Preis. So, kann man hier reparieren? Günstiger? Warning, you are in a system that doesn't have sufficient resources to refit mechs. Was heißt denn das? Heißt das, dass wir nur reparieren können, oder heißt das nicht, dass wir reparieren können? Gar nix, können wir da. Können wir gar nix machen. Geil! Die müssen miteinander verpuppen sein, so so ne... Wo ist denn da sowas? Sehe ich ja gar nicht. Ah, da, rund um, im Süden. Da, hier, hier ist was. Ah, da, da ist was, ja. Fliegen wir da hin. Das ist schön. Noch mal hunderttausend. Was kräftig die Welt. Ja. So, das wird jetzt richtig teuer. Wahrscheinlich haben wir noch nicht mal genug Zeugs, wenn wir gleich sehen. So, na, dann mal los. Äh, Loadout, lass mal kurz gucken. L-Laser, M-Laser, boah, eigentlich, boah. AC-10, M-Laser, L-Laser, furchtbar. Ja. Alles kaputt. Auf Reparieren klicken und fertig ist. Wie auf Reparieren klicken? Brauchst man nur auf Reparieren klicken. So. Dann selber alles. AC-10. Sofern die Teile da sind. Ja, mal ein bisschen. Ich bin wohl 136.000. Das ist ja erbärmlich. Ja, so billig. So. Ich bin billig weggekommen. Ich baue mal noch ein paar Laser ein hier. Large Laser. Echt, man, die rüstet ja, wir haben keine Large Laser mehr? So, Mist. Was mache ich denn jetzt? Ja, dann würde er das freilassen, glaube ich, wenn es nicht vorhanden ist. Habe keine Large Laser mehr. Haben wir hier, können wir hier Large Laser kaufen? So. Da haben wir noch ein M-Laser. So. Jetzt haben wir unsere M-Laser wieder und einen Large Laser hätte ich gerne, aber den kriegen wir noch nicht. Aber wir brauchen eh noch ein bisschen Ammo. Wo ist denn die Ammo? Wo ist die Munition? Gibt es eventuell keine. Keine Munition mehr? Für irgendwas? Weiß nicht. Also den muss ich hier nochmal. Ich starte erstmal die Work. Also bei mir kostet 2,9 Millionen. Ich weiß ja nicht, wie ihr so billig weggekommen seid. Ja, bei mir waren nur 2 Millionen. Boah. Hä, wie bin ich denn so billig davon weggekommen? Äh, das weiß ich auch nicht. Ja, weil einfach... Vor allem fehlen uns da, fehlen uns da Sachen. Oh Gott, war das furchtbar. Äh... Meine PPK sind so teuer. Wo ist denn der Markt? Bei Equipment, ne? Ja. So, warte mal. Ich brauche AC-10 Ammo. Da. Her damit. Du musst rechts klicken. Äh... Oder? Keine Ahnung, wieviel habe ich denn jetzt gekauft? Eins. Zwei. So, jetzt gehen wir nochmal... Den muss ich eh nochmal ausrüsten. Also das sieht gar nicht gut aus. So. Ähm... Dann müssen wir jetzt eh ein bisschen... Wir haben gerade 7 Millionen dafür verballert. War ne gute Aufwärmrunde. Wunderbare Aufwärmrunde. So, dann gehen wir... Warte mal. Würde ich mal sagen, gehen wir doch mal irgendwo hin, wo wir uns erstmal... das Blut ablecken können. Ja. Ist ne kurze Kampagne. Das ist aber ne schöne gewesen. So, hier... Ne, 6 bis 9 waren wir gerade. Furchtig. Das machen wir nicht nochmal. Was ist denn das da? Hier. Da vielleicht mal hin. Ich würde mal sagen, wir warten jetzt noch bis unsere... Bis unsere Max wieder da sind. Und dann können wir ja mal gucken, wie es mit der... Mit der Rasal-Gur-Quest oder wie das Ding heißt, weitergeht. So. Ähm... Contracts. Was haben wir denn hier für Contracts? Hier, Targeted Kill... 175 oder Battlefield 200 Tonnen. Nehmen wir mal die 200 Tonnen, oder? So. Und was brauchen wir da? Auf jeden Fall brauchen wir Geld. Schau. Her damit. Wieso ist der Quick-Door jetzt nicht repariert? Hm. Na ja, repariert ist glaube ich noch gar nichts. Da müssen wir erst mal umbauen. Ne, der hatte nur noch drei Tage. Der ist auch nicht mehr in der Liste mit drin. Repair-Mech-Load-Out. Äh, wir müssen sowieso warten, glaube ich. Warte mal, wie wartet man denn hier? Wie ging denn das? Kann man irgendwie warten? Oder den nächsten werden? Next Event. Wait to next Event. Zack. Ein Pilot hat sich erholt. Ich warte mal auf die ganzen... Auf die ganzen Events hier. So. So. Mach ich irgendwas falsch, weil der... Crusader ist auch nicht repariert. Hm? Weiß ich nicht. Drückst du auf Start und dann auf Q? Ah, unten L. Das ausschaut, es sind nur die Waffen ausgetauscht, oder was? Kann man den da rein tun? Kann man tatsächlich einen M-Laser rein tun? Also, ich klicke einfach nur auf unten reparieren, sonst nix. Also... Okay. Mach ich eigentlich auch? Oder habe ich... ...den nur umgerüstet und... ...macht er dann nicht. Wenn ich jetzt die Ausrüstung ändere, dann auf Arbeit beginn. Ich habe, geht der dann gleichzeitig? Nö. Dann wird das wahrscheinlich immer mal ein Fehler, deswegen bin ich auch immer so bitte ich davon weggekommen. Ja, du wechselst nur die Ausstattung, also wenn du da nur das machst. Da musst du... ...irgendwo... ...alles... ...reparieren, musst du auch anklicken. Das ist rechts. Alles entfernen, Panzerung entfernen, verwerfen und alles reparieren. Aber ich klicke eigentlich nur auf der Mac. Dann nehme ich mir erstmal einen anderen Mac. Weil wenn ich jetzt einen von den beiden reparieren würde, haben wir kein Geld mehr. Sehr gut! Das freut uns. Yay! Äh, ich bin gerade da noch ein bisschen bei denen hier umzubauen. Ähm. Ich brauch ein Schwert. Was brauchst du ein Schwert? Ja. Ganz ein langes, schönes Schwert. Ganz ein langes. So. Äh, total, yes. So, ich muss noch mal ein bisschen Bass stellen, aber ich bin dann halbwegs wieder ausgestattet. Und hier dieser eine... Was hast du jetzt, äh, hast du jetzt einen in Reparatur gegeben, Redbeard? Nein. Okay. Das heißt... Alleine, der kostet schon 1.300... Äh, 1,3 Millionen. Ja. Das heißt, wir sind eh... Die Tonnage ist eh zu hoch. Warte mal, ich nehme den mal raus hier. So, wenn wir den rausnehmen, haben wir immer noch 205 Tonnen. Einer von uns müsste 5 Tonnen leichter werden. Da haben wir 60 Tonnen, Meg. Ja, der ist kaputt. Äh. Ich könnte die Krabbe nehmen, höchstens. Dann da, Bolt könnte ich nehmen. So. Jetzt habt ihr beide getauscht. Das wäre unproduktiv. Ach so. Dann nehme ich wieder A. Und wir haben keinen, der da jetzt reinpasst, der sinnvoller wäre, Redbeard? Äh, wir haben 60 Tonnen, aber der ist kaputt. Den kann man nicht reparieren? Ja, für 2, irgendwas Millionen. Ach du, eins ist nicht. Dann muss es so gehen. Ja, dann lass mich den aber eben noch. Warte mal, was, 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 was lauf ich hier rum? Mit einem 70 Tonner. Gut, ich könnte auch einen 80 Tonner nehmen, so ist nicht. Ja, genau. Ähm. Da hier, Zeus. Was hat der M-Laser, L-Laser, AC-5, okay. Nehme ich den Zeus, dann sind wir auf 200 Tonnen. Den lackiere ich nicht mal. Da hat keine Lust drauf. Bist du fertig? Warte, ich brauche einen anderen Piloten. Ja. Äh. 4, 6, 5, 6. 5, 8. Ja, nehmt den. Der hat ein bisschen mehr im Laser, ich bin bereit. Attacke. Juhu. Auf in den Kampf. Da bin ich mal gespannt, ob wir das jetzt überleben. Kommanderer. Enemige Forsten werden in diesem Bereich überwinden. So, lass mal gucken. AC-5. Laser. Und 3 sind die... Okay. So, wir machen nur das Nötigste hier, ja. Hier müssen wir nur eine Weile durchhalten. Und sobald wir abhauen können, hauen wir ab. Damit wir möglichst wenig Schaden fressen. Das ist da irgendwo was zusammen. Bitte? Wir schauen noch einmal, ob irgendwo Gebäude sind. Da kann man hinlaufen, vielleicht ist da was drin. Stammvieh. Nee, schade. Da kommt der kleine Redbeard an. Das ist eine Krabber-Redbeard. Freu dich. Ja, aber ist die kleine Krabber nicht groß. So, jetzt sind wir da. Sie haben Ihre Presence, Kommanderer. Ich sehe mehrere Tango-Gaues auf Scorb. Konverte auf Ihren aktuellen Position. 13 müssen wir zerschören. Rums, Schepa, jetzt bleibt doch nicht einfach stehen. Ich habe irgendwas. Ah, da ist was. Da ist, da kommt irgendwas angelatscht. Ja. Ist er den schon vernichtet? Ja, Tatsache. So, komm, mein Gutes da. Gott, Wolf, was schießt du dem da? Oh, da kommt was. Äh, zwei Mechs von links. Äh, wir nehmen zuerst den... ...die Zikade, den rechten. Weg mit der Zikade. Warte. Jawohl. Jawohl. Und gleich den anderen hinterher, da hinten. Warum ist denn der schon so beschädigt? Ja, da würde ich schon einmal geschossen haben. Oh, dann fallen Flieger runter. Das ist okay. Lass ihn runterfallen. Aho. Der ist auch weg. Okay, super. So, wo sind noch mehr Contacts? Äh, Mech von links. Äh, wir nehmen zuallererst den ganz kleinen. Das ist der, der ist schon weg, äh, auf der linken Seite. Ja, den habe ich verloren, jetzt ist er nicht mit meinem Ziel. Ja. Ja, jetzt ist er wieder da. Ja. Jetzt wieder da, Wolfi. Ja, ich schieße auf. Und jetzt falle ich aus, weil... Sehr gut. ...abschaltung. Ah, ja, ist ja gut. Hast du ihn? Rettbeer-Tattel. Ins Bein geschossen. Jawoll. Ins Kreuz. Komm, ich hau dir eine aufs Maul. Nehmt der immer noch. Yay. So. Fettbeek geht's noch gut. Äh, erstaunlicherweise, ja. So. Äh, da war glaube ich ein Mech gerade dabei. Bin mir nicht sicher. Oh, da von hinten kommt wieder was. Oh. Das war's schon, oder? Ja. Ja. Äh, was ist denn da oben? Dürfen wir uns schon zurückziehen? Ne, ne? Ja. Destroy, Enemy, Forces. Na, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch. Okay, ich schau mal, ob ich da was finde, irgendwo. Da hinten kommen welche in der Basis, in der Station. Ja. Ja, okay. Ja. Ja, da läuft irgendwas. Ja, ja. Okay. Ja, da läuft irgendwas. Ja, da läuft irgendwas. der der griffen stirb wo kommt mir denn da entgegen halt doch mal still Okay, der Griffen ist weg. Meine Güte. Der ist hinter dir her. Ja, dafür könnt ihr ihn in den Rücken schießen. Ich kann den Enkel auch nichts machen. Oh je, jetzt kommt er mehr in den Rücken. Vorsicht. Das eine Bein ist fast weg. Da hast du ihn. War er das? Jawoll. Ist er weg? Okay. Komm, wir vertunisieren uns, bevor wir irgendwas verlieren. Das waren jetzt nur 112.000. Was waren das? Zwei Max. 112.000. Naja. Vielleicht konnten wir die wenigstens looten. Wir haben ja einiges in Lootpunkte gesetzt. Aber ich habe nichts verloren. Geht es euch noch gut? Ja, das ist nichts internes. Okay. Schon lustig. Ich war nicht gebrod. Hoffentlich werden wir jetzt wieder etwas flüssiger. Merke, ich darf nur kleine Max spielen, aber mit dem spiel ich vorsichtig, Liga. Ja, das ist schon das zweite Mal, dass du da rein bist wie eine besenkte Wildsau und dann hat es dich erwischt. So, mal gucken, was wir da jetzt kriegen. Wird ja auch schwerer getroffen, kommt mir vor. Mit den Kleinen. Nehmen wir die Zikade mit den Zikade mit den Zikaden. Jawohl, eine Zikade. So, jetzt haben wir noch drei Punkte. Was können wir da mitnehmen? Äh, ja. Ehrlich gesagt, den M-Laser, den Stufe 2er nehme ich mal mit. Und dann vielleicht noch hier eine LMR10, oder? So. Oh, da hat der, da hat der Redbeard aber diesmal ausgeteilt. Ja. Wie? Mit dem Kleinen am meisten. Ja, vielleicht ist es wirklich so. Und der geringste Schaden. Ist schief mit anlockt. So. Du darfst keinen großen mehr nehmen. Jetzt haben wir wieder vier Millionen. Die Zikade verkaufe ich gleich mal, ne? Redbeard ist ein guter Zwerg. Ein guter Zwerg. So, die Zikade kann weg, oder? Ja, komm, eine Million. Wir brauchen Geld. Weg mit der Zikade. Zack. So, jetzt sind wir wieder bei vier Millionen. Vorher waren wir bei neun. Haben wir uns gut erhalten. Aber immerhin. Reds-Laser, waren die klein oder waren die groß? Groß. Warte mal. Ich wollte in den Loadout gehen. Ich wette, so nach und nach baue ich die ganzen Macs alle mal um hier. Die ganzen Macs. wir brauchen ins poljesstie. Das ist die Mediode. Und wir brauchen, wie beim wartenken. Das ist advisor zu schauen.